ja wir haben uns ja so gefreut auf das finale bei dsds 2021 und kevin hat mit dem final song hurricane performt also bei kevin war es ja so wir erinnern uns er hat sich ja dann zum dritten mal bei dsds beworben und zwar nicht weil er nicht singen kann sondern bei kevin war das problem des lampenfieber und zwar war das so wenn ihr euch noch erinnern könnt kevin hatte auch den text vergessen und das war das eigentliche problem bei ihm und zum beim dritten mal jetzt hat er endlich die richtige reife erworben und hat seine songs immer gut performt und er hat nie wieder den text vergessen den final song den kevin hier bekommen hat das ist ein richtig schöner rock nico pop sang der passt sehr gut zu ihm das ist so ein schöner pop song der ist so eingängig und dann kommt jetzt diese steigerung in dem das ist so eine fetzige sache und das hat viele kurze töne dann kommt dann auch eine stelle da geht so richtig ab dann kommen die töne nur so kurz hintereinander weg wie so eine art sprechgesang das ist so ein richtig schöner lustiger sommerhit und ich kann mir auch vorstellen dass er sehr gerne dann im radio gespielt wird und den hat man auch gleich ins ohr und nach ein paar mal hören ja da könnte man den auch gleich mitsingen also der ist auch sehr gut tanzbar so ein video zu erstellen das kostet aufwand und zeit und wenn es euch gefallen hat dann daumen hoch und abonniert doch weiter meinen kanal so 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 so